Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last Guardian, wollte ich schon sagen. Mein Gott, Shadow of the Colossus ist zwar derselbe Entwickler, aber ist schon ein anderes Spiel. Da hinten soll sich angeblich ein See befinden, unter dem ein Tempel ist, in dem wiederum eine, ja, ich will schon wieder Titan sagen, Kolossenschlange ist. Ein Schlangenkoloss. Natürlich wieder unsere typische, ich steige am Anfang ein Pferd ab, weil es irgendwie gefühlt in jedem Spiel ist, auf dem man reiten kann, ist die X-Taste die Gasgeben-Taste. Nur in diesem hier nicht, da ist die Dreieck-Taste, die Gasgeben-Taste und die X, die absteigen, was sehr praktisch ist. Ähm. Ich meine, da unten ist ein See. Ist der gemeint? Ja. Nee, der ist nicht gemeint. Gott, Pferd kannst du mit... Oh, die Pferdesteuerung ist so dämlich. Ich... Okay. Also es ist unter... Unter einem See, das wissen wir, das heißt, es muss definitiv relativ tief gelegen... Relativ tief gelegen sein. Aber der See hier vorne kann es nicht sein. Weil dann müsste es nach unten zeigen und nicht so schräg. Das heißt, wir sind relativ weit in diese Richtung hier. Sagt denn die Map, kommt da irgendwo ein See? Zumindest nicht auf der Map sichtbar. Ähm. Aber da wird irgendwo einer kommen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass wenn ich diesmal außenrum müsste... Letztes Mal mussten wir da ja durch, diesmal müssen wir, glaube ich, außenrum. Also Pferd, gib Gas. Ich weiß, es gehört mit zur Atmosphäre des Spiels, aber jetzt gerade fürs Let's Play wäre es natürlich schon ganz angenehm mit so den ein oder anderen kleinen Schnellreisepunkten auf dieser Map geben würde. Weil man gerade die Anfangswege von unserem Startpunkt aus dann doch sehr häufig doppelt und dreifach geht. Und gerade wenn man dann mal ganz falsch gelaufen ist, dann zum letzten Schnellreisepunkt einer Abzweigung zurückkehren und von dort aus dann den richtigen Weg weitergehen, wäre es schon angenehmer, anstatt den ganzen Weg dann wieder zurückzulaufen. Weil wenn es jetzt hier außenrum geht, nicht richtig sein sollte. Sieht aber gar nicht mal so falsch aus. Aber wenn das falsch sein sollte, dann müssen wir den ganzen Weg, den wir jetzt hier gerade geritten sind, gleich wieder zurück. Und das wäre schon sehr doof. Und es fehlt noch über die Hälfte der Titanen und die werden sicherlich nicht immer näher an den Tempel rankommen. Sie werden vermutlich immer weiter weg sein. Das könnte es dann doch teilweise ein bisschen sehr anstrengend machen. Aber wie gesagt, zum privaten Spielen ist das hier auch immer noch was ganz anderes als in einem Let's Play. Das ist keine Sonne. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin oder nicht. Weil wir sind gerade mitten in der Wüste. Wie wundert es, wo hier jetzt ein See sein soll? Aber wer weiß. Das ist auf jeden Fall wieder eine Heilstation. Wie wir die benutzen können. Während die immer full life sind. Das da vorne, das könnte ein See sein. Und da sind wir auch richtig. Okay. Glück gehabt, den richtigen Weg genommen. Es wurde gesagt, unterhalb des Sees. Also denke ich mal, ich muss nach unten. Vielleicht doch nicht. Vielleicht muss ich auch nach oben. Ne, war schon richtig. Oh shit. Ist das tatsächlich ein Wassergegner? Ich dachte, wir müssen jetzt in eine Ruine unter einem See. Ach du Kacke. Das ist aber keine wirkliche Schlange. Das sieht halt eher aus wie die Drachen aus Breath of the Wild. Das ist eher ein Drache als eine Schlange. Vor allem mit den Schnurrbärten da vorne. Das Problem ist, das Ding hat Elektrosachen. Ich muss mich erraten. Auf die muss ich mit Pfeil und Bogen schießen. Aber ich muss es jetzt nicht so sehen, wie ich dem Kacke dir stehe. Und ich muss sie wissen, dass meine Schinen acknowledge… Aber es ist so nett, wie es fairy ist super. Okay, ich versteh's nicht. Ich schwimm mal da hin. Das ist mal, waren diese Floßdinger auch der auffälligste Spot. Und von dem aus konnte man was veranstalten. Deswegen hoffe ich mal dadurch, dass diese Brücke hier der auffälligste Spot ist, dass man von dem aus was veranstalten kann. Weil ich mein, im Wasser kann ich ja nicht kämpfen. Das heißt, das wär Bullshit. Wir müssen das Viech auf jeden Fall irgendwie rauslotsen. Das Einzige, was aus dem Wasser guckt, sind halt seine komischen Elektrostacheln da. Okay. Und dann? Ich glaub nicht, dass ich das mit dem Schwert auf Elektrostacheln draufhau, ne gute Idee wär. Okay, ich glaub, geht an. Okay, ich häng dran. Okay. 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 Okay, okay, okay? Okay, ich hab seine erste Schlachtstelle gesehen. Ich muss nur hinkommen. Aber ich kann halt nur da sein, während sie außerhalb des Wassers ist. Die Elektro-Starrin kehren mich. Okay, warte. Ich hab seine Elektro-Starrin ausgeschaltet. Das ist ja praktisch. Warte. Warte. Damit kämpfen wir uns langsam nach vorne und machen einen Stachel nach dem anderen kaputt. Ich verstehe. Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr lange festhalten. Ich kann mich jetzt nicht mehr festhalten. Wir sind ziemlich weit gekommen, aber ich glaube, unser Leben... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Bossfight verlieren. Weil, um nochmal auf ihn draufzukommen, müssen wir auf jeden Fall noch einmal von seinem Elektrostachel da vorne getroffen werden. Zumindest habe ich beim nächsten Mal jetzt... Habe ich jetzt eben nicht ausmachen können, wie wir auf ihn draufkommen, ohne dass er uns mit dem Elektrostachel trifft. Komm her! Ich habe am Anfang auch nicht... Ich wurde halt dreimal von seinem Elektroding getroffen, bevor ich kapiert habe, dass ich davor reinhacken muss. Während es draußen ist... Er hat es noch nicht realisiert. Das ärgert mich ein bisschen. Seine Augen werden ja rot, wie bei jedem Koloss, bevor sie angreifen. Jetzt hat er uns aktualisiert vor allem. Realisiert. Die Augen werden halt immer rot, bevor sie angreifen. Oh, bist du jetzt wieder... Hier bin ich! Okay, zumindest teilen wir unser Leben. Ist auch was. Okay, jetzt. Ich sehe gar nichts... Okay. Dann, go! So weit, so gut. Ich muss halt meine Energie ein bisschen sparen, dass Ben da wieder seine Taubtour macht, so wie eben. Dass ich dann genug Energie habe, um mich festzuhalten. Fuck! Oh, das war schon zu nah. Wunderbar. Wut! Alter, Vater! Okay. Ja, wow. Okay. Hat funktioniert. Nein! Oh, ich häng noch dran. Nicht mehr lang, mein Freund. Aber ich glaub, wir brauchen jetzt wirklich aktuell immer so 15 Minuten pro Kolossus. Oder pro Koloss. Welten von Blitzen. Das war auch wieder sehr cool gemacht. Das Rausfinden wie ist immer das Komplizierteste. Kommt diesmal keine Finsternis raus oder so? Okay. Sagst du diesmal nichts? Das müsste Nummer 7 gewesen sein. Das heißt, mit dem nächsten haben wir die Hälfte aller Kolosse besiegt. Und als wir ein Viertel besiegt hatten, gab es eine spezielle Sequenz, dass das Pferd und wir nochmal zu ihr hingegangen sind und wir es realisiert haben, aber dann halt wieder auf unsere nächste Quest geschickt wurden. Ich denke mal, bei der Hälfte wird das wieder passieren. Das ist, glaube ich, der, den ich meinte. Gefangen im Kessel und auch vom Gesicht her ist es, glaube ich, der, den ich meinte mit diesem Kolossum. Kolosseum wurde dann durch diese Fenster geguckt hat aus dem Trailer. Das müsste der gewesen sein, den ich in Erinnerung hatte. Das Pferd bleibt da unten. Warum bist du schon wieder oben? Was soll denn das? Okay, durch die Lücke. Das ist offensichtlich. Vielen Dank. Wisst ihr Bescheid. Jedes Mal das Gleiche. Ich kann mir irgendwie einzelne Tasten umbelingen. Ich würde gerne Y und X vertauschen. Vor allem Y und X. Dreieck und X. Würde ich sehr, sehr gerne vertauschen. Das wäre mir ein sehr, sehr liebes An... Ach, was weiß ich. Ich kann heute nicht sprechen. Zum Glück nehme ich heute Stellung zu Kolossus auf, weil ich bin heute tatsächlich etwas hermüde und kann deswegen heute wirklich nicht so gut sprechen. Aber das ist eh ein Let's Play oder ein Spiel, über den ich nicht so wirklich viel sprechen will, weil ich halt auch die Atmosphäre nicht rausnehmen will. Das ist, das Spiel ist halt wirklich sehr ruhig und sehr auf Atmosphäre belassen. Und es gibt halt kaum Konversationen, bis auf der nächste Feind ist da und da. Und ansonsten ist halt alles wirklich nur still und nur in den Kämpfen gegen die Kolosse wird dann etwas lauter. Und da ist es, finde ich, jetzt nicht so angebracht, dann hier jetzt plötzlich anzufangen, naja, euch irgendwas ans Ohr zu labern, weil das passt einfach nicht. Das heißt, das Let's Play ist heute sehr, sehr praktisch. Gehe ich hier richtig? Ich muss da rein. Ich hoffe, ich muss hier rein. Rückt aber eben so. Sieht schon krass aus. Also optisch hat man aus dem PS4 Remaster echt richtig was rausgeholt. Okay, und jetzt? Ich denke mal darüber, weil das ist sehr auffällig. Ich hoffe, das ist kein Hai. Da vorne ist einfach nur ein großer Fisch. Ich meine, es sieht jetzt nicht nach Salzwasser aus, von daher sollten wir eigentlich keine Angst haben, aber Piranha wäre auch nicht schön. Aber das sind einfach nur menschengroße Forellen, wie es aussieht. Oder irgendwas in der Richtung. Oh no. No. Was? Ich kann mich echt am Fisch festhalten? Was? Wie geil ist das denn bitte? So, ich hoffe, hier rein ist richtig. Aber sie ist ja im Kessel gefangen und so weiter und so fort. Also hier rein wird schon richtig sein. Wer baut denn so sein Haus? Ja, da ist dann der Eingang, da geht eine Treppe runter und dann kommt eine Wand. Was ist das? Sagt mir nicht, das war nur ein Collectible. Was war das? Es wird nichts angezeigt, dass ich irgendwas aufgesammelt habe oder so. Okay. Gibt es Collectibles, von denen ich nichts wusste? Das ist ja genau wie The Last Guardian. Es wird nichts erklärt. Wobei, bei The Last Guardian wurde schon etwas mehr erklärt. So, ich würde gerne jetzt in die andere Richtung springen einfach. Geht das? Danke. 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 Was auch immer das war, wir haben den Leuchtkäfer da mitgenommen. Ja, das ist der, den wir, den, den ich aus dem Trailer mal kurz gesehen habe. Ich glaube, danach kenne ich wirklich gar keinen mehr. Obwohl, ist er das wirklich? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der vier Beinen war. Okay. Aber das sah genauso aus hier mit den Fenstern. Hi, buddy. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein anderer. What the fuck? Okay, du hast eine Schwachstätte irgendwo im Kopf. Fände schön. Willst du sich deine Füße angreifen? Hallo, bin ich tot? Kann ich mir aufstehen? Füße sehen so aufwendig aus. Muss ich die Füße angreifen? Ich muss ihn irgendwie umdrehen. Das heißt, ich muss ihn doch da hochklettern lassen und ihn dann am Bauch angreifen. Diese ganzen Löcher da in den Gittern sind da ja nicht völlig umsonst. Ich muss auch überrascht, dass ich ähnliche die Welt kann. Der Ort Oh, im Nebel zu stehen, zieht auch Leben ab. Wie zum Teufel soll ich denn an den rankommen? Ich verstehe es einfach nicht, wie ich mich an ihm festhalten soll. Ich kann ja nur so rollen, ich kann ja nicht kriechen oder so. Ja komm, dann sterbe ich halt. Den werde ich glaube ich nicht beschafft bekommen, ohne mir eine Lösung anzuschauen. Ich habe mich jetzt mit Absicht umgebracht, weil hier hat ja so keinen Sinn. Oh. Na gut, diese Lücke hier zu kennen, das ändert natürlich einiges. Also tatsächlich machen diese Füße Schaden, also Pferden Füße Schaden. Samara, spinnst du? Ah, jetzt habe ich verstanden wie es geht. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich dachte, ich hätte davor schon ausprobiert, auf die Füße zu schlagen. Das hätte nichts gebracht, aber scheinbar bringt es doch ein bisschen was. Wenn man diese Stelle hier kennt, dann ist es natürlich auch relativ einfach, das Stock wegzuwechseln. So, auf ein neues. Ich hätte glaube ich erst auf den anderen gehen sollen, weil jetzt habe ich beide halb besiegt. Kein ganz. Kein ganz. Hallo, kann ich mal wieder ganz... Ich wurde die ganze Zeit im Kreis gedreht. Gott, nichts tun. Oh. Hallo. Du bist dann doch sehr, sehr leicht zu besiegen. Das habe ich so gar nicht erwartet. Oh. Du bist dann doch sehr, sehr leicht zu besiegen. Oh. Von? Genau. Ja. Von der Frau ist als erinnere! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Oh, habe ich die unten noch komplett vernichtet? Nee, doch nicht. Da ist sie wieder. Fuck. Jetzt habe ich die aber komplett vernichtet. Komm schon. Ah, ich konnte nicht mehr zuschlagen. Verdammte Kacke. Weil, wegen 2% Schaden, die er jetzt an seinem Leben bekommen hat, warum wir jetzt die ganze Kacke hier gemacht haben. Aber gut. Wie gesagt, wenn man erstmal, auch hier wieder genau das ist über den Bossen davor, wenn man erstmal raus hat, wie es funktionieren soll, dann geht's. So, hier ist das blöde Loch. Hier ist das blöde Loch. Komm mal hierher. Ich denke, dass wir jetzt mal hierher kommen. Okay, wunderbar. Und ein letztes Mal. Nimm das. Geschubter des Kolosseums. Ich weiß nicht, ob das der war, an den ich mich erinnert habe. Ich konnte mich auf die Welt, da habe ich auch so eine Mischung aus zweien gehabt, weil die vielleicht so gecuttet haben, dass es so aussieht, als wenn das andere derselbe wäre. Ich konnte mich an so ein Kolosseum erinnern mit solchen Fenstern. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es jemand war, der da mit seiner Faust durchgehauen hat durch diese Fenster. Aber vielleicht haben sie vielleicht zwischen zwei Bossen hin und her geschaltet. Zwischen zwei Kolossen. Dass das im Schnitt so aussah, als wenn das einer wäre, aber in Wirklichkeit waren es zwei. Und wir werden alle zwei, dann bleiben uns zگen. Wirklichkeit. 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 Oh, 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 oh. Ist das ein Traum oder eine Vision? Weil man konnte ihr Gesicht nicht sehen. Ich habe das Gefühl, als wenn wir hier von vornherein gar nicht sie wiederholen, sondern als wenn vielleicht dieses Wesen da oben ihren Körper will. Kann das sein? Ich bin ein Traum. Okay, ein bisschen weiter zurück in die Wüste jetzt. Warum dieser zusätzliche Satz? An Jees Erwachen. Der wäre gar nicht notwendig gewesen, aber der ist in so vielen Möglichkeiten eine Anspielung. Okay, es ist nicht die Wüste. Es ist da hinten hinter. Da waren wir eben, als wir jetzt auf dem Weg zum letzten, eben im letzten, ja doch in diesem Part am Anfang, als wir zum normalen See gelaufen sind. Und war davor auch so eine Kuhle, die aussah wie ein ausgetrockneter See. Ich würde sagen, da gehe ich mal hin. Und da wir den Weg hier schon gegangen sind im letzten Part, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Nicht im letzten Part, diesen Part, mein Gott. Nehmen wir uns im nächsten Part dann aber wieder an der Stelle. Das heißt, den Weg bis dahin sparen wir uns mal. Wenn es das nicht ist, dann gut, müssen wir zusammen nochmal los. Aber ich probiere es einfach mal. Deswegen bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.